Seht mal, wer hier ist. DV8 Vandal Strike Mit einem AG von 2.499 und dem Composite Flip Pearl Coverstock präsentiert euch heute Brunswick-Proßdorf-Spieler Peter Knopp den neuen DV8 Vandal Strike auf dem International Senior Bowling Tour Munich Pattern. Der DV8 Vandal Strike führt das Erbe der Vandal-Reihe weiter fort, in dem die Ballreaktion weiter ins Backend verlagert wurde und dadurch einen schärferen Eintrittswinkel in die Pins ermöglicht. Der DV8 Vandal Strike eignet sich optimal auf Medium-Öl-Verhältnissen. Der Ball kann jetzt schon bestellt werden, in jedem gut sortierten Pro Shop in den Gewichtsklassen von 12 bis 16 Pfund. Drücke der Bahn deinen Stempel auf und zeig den Pins, wer der Chef im Ring ist. We are DV8 Tonight we bowl Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch mal einen Daumen nach oben und schaut bei unserem Kanal vorbei, dort gibt es jede Menge weitere. Bis demnächst!